hier 1 2 3 4 5 in den hopper damit und lasst das ding laufen schade dass es keine kompakten wassermühlen gibt also die finde ich recht schön müsste ich eigentlich mal so einen riesigen turm bauen außen oder irgendwo hier in der nähe denn die bringen ja eigentlich einiges an was für den gewissen in einer geringen materialaufwand einiges an energie so wo habe ich mein staking getan ja wir gucken uns mal in nein 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 noch nicht wir bauen erst mal ich glaube es müsste reichen wir bauen uns erstmal unser schönes haus hier oben weiter das muss ich das liebe ich ja dass die dass das glas nicht direkt kaputt geht an dieser das ist sehr gut gelöst so na kommt schon das war's dann kann ich hier noch den Rest hinsetzen und es nimmt Gestalt an es nimmt Gestalt an so jetzt muss ich mir noch irgendeinen geschickten Weg hier ausdenken Error? A wieso kann er das nicht machen? hhm hm 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 Oder die Rubberwood-Zaplings. Was denn? Also das kann ich leider nicht machen, okay. Wie wär's mit Iron und Kupfer? Ne, das baue ich ja jetzt. Iron und Kupfer. Eigentlich wieso nicht, ne? Ich weiß, es ist jetzt eigentlich unnötig, aber ich hab nichts zu tun. Doch, ich wollte den Replicator bauen. Äh, ja. Nein. Okay, ich weiß nicht, wie er heißt. Deshalb muss ich mal kurz in... Oder? Watermeal, Windmeal, Solarpanel. Okay. Nuklearreaktor. Simiflutgere... Scheiße. Nein. Items. Machines. Prozessor. Canning machine, Compressor, Electric Furnace. Induction Furnace, Iron Furnace, Macerate. Okay. 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 Da. Replic. Re... Re... Cater. Was ist denn das? Ja, natürlich. Re-Inforce-Stone. Wie ist den denn hin? Den kann ich gar nicht bauen. Okay. Also der... Also der... Gut, und was? Der hat eine Power von 2000 per Tick. Okay. Aber was war dieser Semi-Flutgenerator? Generator. So. Da. Semi-Fluit-Generator. Geothermal. Generator geothermal. Semi-Fluit. Was macht der? Wartet mal kurz, das wird jetzt natürlich langweilig, aber ich guck mal kurz nach, was der macht. Industrial Craft, added the generators up to burning by fluid insert machine effect. Okay, also. Aha, der braucht also Öl oder Biomasse oder sowas. Gut. Und woraus mache ich das? Gut, Öl kann gefunden werden, das ist klar. Ja, Ethanol. Instill knowledge. Gut, Biomasse. Okay, das muss ich mir selber mal durchlesen. Sieht auf jeden Fall cool aus. So, was gibt's noch so schönes an Generatoren, wenn ich mich jetzt nicht doof hinstelle? Deothermal, ja, das ist alles... Scheiße. Nuklearreaktor. Hm. Hm. Nein, da wollte ich jetzt gar nicht drauf. Machines, Generator, Windmill, Watermill. Okay. So, dann gibt's beim Build... Kraft gibt es noch irgendwo. Nein, 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 das ist was anderes. Schade, oder? Das sind Fassaden, das sind Items, Liquid, Pipes. Transport. Builders Factory. Builders Factory. Nein. Okay, dann, ähm... Ja, ich glaube, ich baue mir... ...diese Teile... ...vieleicht... ...und setz sie nach außen hin, denn die bringen zwei... EU-Praktik. Das ist eigentlich schon ganz schön viel. Industriell. Der läuft nicht sehr besonders schnell. Na? Da habe ich noch was und da habe ich noch was zum... Weghauen. Der Rest. Zack. Und zack. So. Gut. Ich lege mich erstmal ins Bett. Jetzt muss ich auf jeden Fall ziemlich... ...ziemlich viel... ...Zeug holen. ...für das Ganze, was ich jetzt bauen möchte... ...für diesen Replikator. Ach, ja scheiße, das Ding ist ja voll. Das habe ich ja ganz vergessen. Die arbeiten ja jetzt die ganze Zeit umsonst. Ach, ich Idiot. Nein. Boah. Wie kann man nur so doof sein? Wie kann man nur so doof sein? Zack. So. Einmal schön alles da rein, was ich nicht brauche. Als Zwischenspeicher sozusagen. Komm, da wird jetzt ein bisschen rausgeholt. So. Und... ...ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Ja. Es passt.